Seit mehr als 30 Jahren bauen wir Lupenbrillen. Mit dem ständigen Drang, unseren Anwendern das perfekte Bild zu ermöglichen, stellen wir uns viele Fragen. Kann man ein durchweg gutes Lupensystem noch besser machen? Kann man die Größe der Okulare reduzieren und gleichzeitig das Sichtfeld beibehalten? Kann man die optische Qualität steigern und das Gewicht reduzieren? Kann man eine Möglichkeit schaffen, die Reinigung zu erleichtern? Man kann! Und nach jahrelanger Neuentwicklung haben wir die Antwort – VisionX. Die VisionX-Serie ist die beste Lupe, die wir je gebaut haben. Durch ausgewählte Materialien und einer optimierten Konstruktion konnten wir das Gewicht auf ein Minimum reduzieren. Somit wiegt das Lupenpaar der VisionX 3.0 gerade mal 22 Gramm und das der VisionX 3.8 26 Gramm. Ein von Grund auf neu berechnendes Optiksystem kombiniert mit speziell gefertigten Glaslinsen ermöglicht ein plastisches und farbtreues Bild in einer noch nie dagewesenen Brillanz. Aber nicht nur optisch, sondern auch hygienisch setzt die VisionX Maßstäbe an. Ihr wasserdicht verklebtes Lupensystem ermöglicht die Reinigung unter Wasser. Dadurch können starke Verunreinigungen wie Blut, Fett oder Make-up vor dem Desinfizieren einfach abgewaschen werden. Das Resultat? Eine immer saubere und hygienische Lupenbrille bei jedem Aufsetzen. Ein Meilenstein, der immer schon, aber besonders in diesen Zeiten, sehr wichtig ist. Sie werden die VisionX lieben. Sie werden die VisionX nutzen. Und das jeden Tag. Genau dafür ist sie gebaut. Die Kombination aus hochwertiger Glasoptik und einem widerstandsfähigen Aluminiumgehäuse ergeben ein überaus robustes Lupensystem für den täglichen Einsatz. Wir machen die VisionX zu Ihrer VisionX. Individuell. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Wir passen die VisionX exakt auf Ihren Arbeitsabstand, Ihren Augenabstand und Ihre Sehstärke an. Ganz individuell. Damit Beschwerden im Nacken- und Rückenbereich erst gar nicht entstellt. Unser speziell geschultes Vertriebsteam besucht Sie in Ihrer Praxis. Stellt Ihnen die Möglichkeiten der gesamten Produktpalette vor und ermöglicht es Ihnen anhand von Musterbrillen einen ersten Eindruck in die Welt der VisionX zu bekommen. Kontaktieren Sie uns und sichern Sie sich Ihren Termin. VisionX. Die beste Lupe, die wir je gebaut haben. Made in Germany. Regel. simplemente geht nach Ihren Gold. Alluri. Momentisch! Beg Ganze!